Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen YouTube Video und zwar ja wie ihr seht habe ich hier einen kleinen TeamSpeak 3 Server zusammen gebastelt zusammen mit ProPen und wie auch ihr seht ich habe hier einiges ein bisschen was dann gemacht mit Icons und so und es versuchen den so schön wie möglich auszuhauen und ja unten in dem Video wird die IP-Adresse stehen und wie ihr dann aufkommen könnt einfach join es gibt kein Passwort auf diesem Server und ja wie gesagt auch heute ist mit dabei im Video die Facecam es wird aber jetzt denke ich mal nicht in jedem Video dabei sein weil ich jetzt versuche mir eine neue Webcam anzuholen auch fürs Streamen und ja denn ich streame jetzt das öfter in Eurotrack aber auch Terraria es werden vielleicht auch in den nächsten Tagen Terraria Let's Plays kommen auf diesem Kanal bin ich mir aber noch nicht ganz genau sicher aber auf jeden Fall was ihr darauf gespannt seid könnt ihr könnt mich im TeamSpeak antreffen wenn ich zufällig streame oder so wenn ich schaue ich vielleicht kurz vorbei oder so könnt ihr mich auf jeden Fall da irgendwie anstupsen kurz oder so und sagen ob wir mal kurz reden sollen zusammen oder so und ja du wirst sagen nur als kleines Informationsvideo das Video wurde jetzt gesponsert vom lieben Alessandro aka Alex Designs ich werde ihn auch unten in der Videobeschreibung verlosen und auch da unten seht ihr jetzt gerade ungefähr da auf der Ebene seht ihr ungefähr dieses www.six.pw da gibt es kostenlose TeamSpeak Server und auch wenn ihr einen eigenen haben wollt könnt ihr auf diese Seite gehen und da einen beantragen und ja ich würde sagen danke nochmal an dich Alex Designs und euch sagen bis zum nächsten Mal Leute bleibt geil und ciao ciao wow und Kaffee